Ja, lieber Herr Fischer, vielen Dank. Wir machen als erstes den Mikrocheck. Wolfgang, was soll man singen? Nach Kristallnach? Wir fangen jetzt ganz gemütlich an und machen wirklich erstmal einen Mikrotest. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Wunderbar. 3, 4, 5, 6, 7. Das war korrekt. Ich glaube, wir kommen klar. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Stadt Köln, an diese Stelle hier, wo wir gerade sind, wo wir dieser Einladung natürlich sehr gerne gefolgt sind. Die Vorstellung ist bereits erfolgt. Was soll man da jetzt groß noch sagen? Ich meine, Wolfgang Niedeck, das Gesicht kennt ganz Deutschland. Seine Stimme hört man zu, egal ob sie jetzt in Interviews vertreten ist oder natürlich am meisten und am liebsten wahrscheinlich noch beim Gesang. Und Frank Stephan, das ist so einer, wo man sagt, Mensch, Niedecken kenne ich, aber wer ist denn jetzt Frank Stephan? Deswegen fange ich jetzt mal mit dem Frank an, weil den Wolfgang Niedecken brauche ich nicht groß vorzustellen. Du kannst es eigentlich auch selber machen, weil es wurde schon so gesagt, du hast genau in dieser Zeit, glaube ich, dann auch so ein bisschen der Geburtsstunde des Kölschrock beiwohnen können, der damals sicher so noch nicht genannt wurde. Erzähl mal. Ja, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Wir haben uns alle heute nichts mehr vorgenommen. Also wie war das? Also Ende der 70er Jahre, nachdem ich von allen Schulen Kölns geflogen war, hatte ich den Entschluss gefasst, oder auch schon vorher den Entschluss gefasst, Journalist werden zu wollen. Und als damals 17-, 18-Jähriger hattest du wirklich keine Chance gehabt, irgendwie über, sagen wir mal, Politiker oder Wirtschaft oder gesellschaftliche Themen oder irgendwas zu schreiben. Das ging nicht. Also wenn du mit irgend so einem Thema zum Stadtanzeiger kamst, sagten die, ja, du bist 18 Jahre alt, kannst du nicht, geht nicht und so. Anders als das heute der Fall ist. Auf jeden Fall hatte ich dann gedacht, na gut, wenn das nicht geht, dann warum nicht Musik? Und das war dann so, dass ich so eine Art Feigenblatt als 18-Jähriger für das war, was damals gerade passierte. New Wave, Punk und sowas alles. Und die damals 30-, 40-Jährigen hatten da überhaupt keinen Bezug zu. Und dann durfte ich halt als junger Spund damals zum Beispiel für die Stadtrevue zu allen möglichen Konzerten hier wandern und mir das angucken, Interviews führen. Und das, also Initialzündung war damals eine Geschichte, die sich hier bei der Galerie Veit Turske abspielte. Wolfgang wird die vielleicht kennen vom Namen her. Veit Turske war jemand, der hatte am Eberplatz eine riesengroße, tolle Galerie gehabt und da trat damals im Oktober 77 eine Patti Smith auf. Die machte dort eine Lesung. Also die hat kein Konzert da gemacht, sondern da war eine Lesung und die rezitierte Rimbaud-Verse, ganz abgefahren und abgedreht. Und die galt so als die große New Wave Queen, die aus den USA plötzlich hier einschwebte. Und wo kamen die hin? Nach Köln zu Veit Turske. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass ich den Turske irgendwie bequatschen konnte. Und ich konnte mit der ein Interview machen mit meinem radebrechenden Englisch und hatte dann ein Interview mit Patti Smith. Und das habe ich dann angeboten. Das habe ich an dem Fachblatt angeboten. Das war ein paar Meter weiter da am Theodor-Heussring und die fanden das ganz toll. Die haben wirklich von der ersten bis zur letzten Zeile das ganze Interview genommen. Musikexpress und damals auch dem WDR hatte ich es angeboten. Die haben es aufgenommen. Ja und so bin ich dann in die Sache reingeraten. Und man traf sich, also ich jedenfalls war damals hauptsächlich in der Zülpicher Szene unterwegs, also Peppermint, wo gerade eben der Wirt gestorben ist, Ludger Daimel, Gott hab ihn selig. Gestern war Beherdigung. Ja, also Peppermint, Roxy, Blue Shell und so, das war die Ecke. Und die andere Ecke, die war Wolfgangsrevier. Das war die Südstadt. Und da war ich weniger. Aber trotzdem, also man wusste davon. Und ja, wenn man das so als Journalist halt beobachtete, ich habe mich immer als Beobachter gefühlt und nicht als Part der Sache, sondern ich habe das immer von außen gesehen und wollte es irgendwie halt journalistisch sehen und war allerdings dann in der Zülpicher Szene ständig unterwegs und habe das mitbekommen, dann die Sache mit Zeltinger. Das war, wenn man so will, die eigentliche Geburtsstunde der Kölner Szene, ohne das Verdienst von Wolfgang in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Aber Zeltinger war zu dem Zeitpunkt, als das so Ende der 70er Jahre losging, tatsächlich was ganz Besonderes. Das war ein sehr, sehr spezielles Projekt, was da startete. Und zeitgleich war er ja auch schon in der Südstadt unterwegs. Aber als ich das Magazin machte, Kölschrock, da war es so, dass das eigentlich bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls kein richtiges Thema in Köln war. Es gab eine Kölner Szene, darüber wurde geredet. Aber noch nicht, dass Kölschrock war noch kein Thema. Nee, das gab es auch nicht. Also vor allen Dingen nicht, dass es Rockmusik mit Slang, also mit Dialekt gab. Es gab deutsche Musik, also Rockmusik mit deutschen Texten, das gab es. Das war Lindenberg und so. Aber mit Slang, das gab es bis dahin nicht. Und Zeltinger war halt dann der Erste, der eigentlich so bundesweit Furore machte aufgrund dieser Sache. Wie das Zeltinger-Projekt zustande kam und was das alles war, das kann man ja vielleicht nachher noch Ich wollte gerade sagen, wir sollten das auch in aller Ruhe ausarbeiten. Nee, wir nehmen uns Zeit. Man kommt ins Schwafeln. Ja, ich, vor Gottes Willen. Es gibt aus dieser Zeit so wahnsinnig viel zu erzählen. Und da bin ich natürlich bei Wolfgang Niedegen, der jetzt auch wahrscheinlich nicht gedacht hat irgendwie als junger Mensch, ich gehe jetzt hin und erfinde mal eben den Kölschrock, sondern ist natürlich als Akteur der ganzen Geschichte ganz anders rangekommen. Und bei Wolfgang Niedegen war es ja eher mal die Kunst. Ja, also wir hatten überhaupt keinen Karriereplan. Überhaupt nichts. Wir hatten überhaupt nichts damit vor. Das waren alles Jungs, die irgendwann mal in der Beatband gespielt hatten, in den 60er Jahren. Und man traf sich dann, machst du noch Musik? Ja, mit wem denn? Was macht dann seine Bassgitarre? Ja, ich stehe im Keller. So in der Art. Und dann hat man überlegt, wir können uns eigentlich mal treffen, einmal in der Woche, mal ein bisschen Spaß und spielen oder irgendwas. Und dann proben wir diesen Kasten Bier leer und dann gehen wir in den Klopischack eintrinken. So in der Art. Moment, also in der Reihenfolge, wir proben den Kasten Bier leer und gehen danach eintrinken. Ja, aber jeder, jeder, ja, aber jeder brachte ja, Gott weiß, wie viele Freunde und Freundinnen mit. Also der Kasten Bier, der war sehr schnell weg. Und vor allen Dingen hatten wir dann damals in dem Kalk-Sandstein-Werk in Hersl, den Hausmeister, der hat immer geguckt, ob das auch alles klar war. Und der hat sich immer auf den Kasten gesetzt. Und der hat am meisten getrunken. Er wird schon wissen, warum er drauf gesetzt. Das hieß Hans Lechler, will ich nie vergessen. Hans Lechler, der Lechlers-Henz. Und der fand das auch nicht gut, dass wir immer dann noch Stücke geprobt haben, die Barmer gespielt haben. Fand er nicht gut. Also fand er eigentlich so, dass man, wenn man eher schon auf dem Kasten Bier sitzt, dass man dann für ihn ein Konzert spielen sollte. So, das haben wir dann gemacht und dann kam ich halt irgendwann mit dem ersten Stück auf Kölsch an vorher. Gott weiß, was gecovert. Also wirklich, man musste uns wirklich überreden aufzutreten. Das heißt, von einer Kölschenszene haben wir überhaupt keine Ahnung. Und die Südstadt war zu der Zeit 76, 77, 78 da hattest du auf allen Ecken irgendwelche Blei vergassen, Spießerkneipen. Und da war nichts mit Szene. Also das, Clemens Böll hat dann irgendwann das Klobich-Ecke übernommen. Noch damals Ecke Bonnerstraße, Klobichplatz. Und hat die Kneipe genauso gelassen, wie sie war und hat darauf vertraut, dass die schon irgendwie zugeklebt wurde mit Plakaten und mit allem Möglichen. Das hat auch funktioniert. Und dann hatten wir endlich eine Kneipe für unsere, soll man sagen, für unsere Altersklasse in der Südstadt. Das war eine Kneipe. Ansonsten sind wir natürlich auch immer da zur Üblicher Straße gefahren. Podium, das sind wir sehr oft gewesen. Überlegt, fahren wir jetzt schwarz, können wir ein Bier mehr trinken oder bezahlen wir. Also das war, also wir mussten halt, wenn wir Gleichaltrige treffen wollten, dann mussten wir auch wirklich zur Üblicher Straße. Und wir haben uns wirklich keiner Szene zugehört. Habt ihr denn so ein bisschen Vorbilder gehabt? Also jetzt aus, weil ich meine, Dylan ist klar, das weiß man. Das ist ja mein Privatsprin. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die Band da immer drauf gestanden hätte. Also kölsche, sag ich mal, kölsche Töne in dem Fall. Es gab ja, glaube ich, keinen, der sowas in der Art hier in Köln gemacht hat. Doch, die Blackfuss haben ganz viel, wie soll ich sagen, viel Selbstverständnis gegeben. Das, was die Blackfuss zu der Zeit gemacht haben, das war jetzt nicht unbedingt eine Beatband oder was, aber die konnten das alle. Das waren gute Musiker. Tommy konnte großartig diese Sachen interpretieren, die da liefen. Und ja, also für das Selbstverständnis haben die Blackfuss ganz viel getan. Und der Zeltinger war halt eine Naturerscheinung. Das war eine Naturgewalt. Unikum. Das war halt zu der Zeit Punk. Den musste man nicht mehr erfinden. Den gab es schon in Zeltinger. Das war natürlich klasse. Der Arno Steffen hat diese wunderbare Coverversion von Müngersdorfer Stadion, Rockaway Beach, geschrieben. Das ist nach wie vor Sensation, das Teil. Und dann haben sich die, Holger Tschuka hat sich drum gekümmert. Also Can, bis Gott weiß, alle fanden, das ist ja unfassbar, was da laufen. Dann haben die dann irgendwie im Roxy, in dem winzigen Roxy noch in der Antwerpener Straße, haben die dieses Ding zur Hälfte aufgenommen und der Rest im Proberaum. Und das war natürlich ein Hammer, dieses Album. Conny Plank vor allen Dingen noch. Ja, Conny Plank. Conny Plank hatte natürlich den Instinkt dafür, das ist einzigartig. Das ist absolut einzigartig. Und das hat sich ja dann auch bundesweit sofort multipliziert. Das war auf einmal in aller Munde. Und wir haben, glaube ich, zur gleichen Zeit dieses Album aufgenommen, aber überhaupt nicht mit dem Ziel, überhaupt nicht mit dem Ziel da jetzt großartig. Man hat uns mehr oder weniger überreden müssen. Man hat uns wirklich überreden müssen. Auf Kölsch zu singen? Nein, nicht auf Kölsch zu singen. Man hat uns überreden müssen, eine Platte zu machen. Die Eigelstein-Leute damals, das ist ein engagiertes kleines Platten-Label. Die hat ein Gespräch gegenüber vom Saturn. Und die wollten eine Platte mit mir machen. Mit mir. Da habe ich gesagt, also, weil ich habe schon in Kneipen gespielt. Ich hatte im Vorprogramm der Schmetterlinge gespielt in der Müllhammer-Stadthalle. Die waren auf mich aufmerksam geworden und dann, ja, da wurden keine Platte machen. Ich hatte, wenn ich dann mache ich dann mit den Jungs zusammen, dann habe ich ja keinen Bock zu. Und dann ist er zu uns in den Proberaum gekommen und hat die Hände um den Korb zusammengeschlagen, weil wir hatten keine vernünftige Anlage. Wir hatten, das war mega amateurhaft. Wir hatten keine Arrangements. Eigentlich waren wir Punk. Also, wenn der Gitarrist G gespielt hat, dann hat der Babassist auch G gespielt und ich habe G gesungen. So what? Also, das war, Arrangements gab es nicht. So, und dann mussten wir dann damit eine Platte machen. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Und das war das erste Album. Und dann ist das sehr schön hier in dem, in das Plakat, was da vorne von uns hängt. Das steht wirklich noch. Also, dieses Plakat hat eigentlich eine unfassbare Geschichte. Eigentlich hießen wir Bab, weil wir haben gesagt, es kommen einen schönen kurzen Namen, so. Bab ja eigentlich mit zwei P, aber lass dann eine P fort, das zieht scheiße. So, und dann haben wir das mit den drei Buchstaben gemacht und dann, Eiglstein wollte dann doch, weil ich ja bekannter war, dass ich in den Kneipen gespielt habe. Die wollten dann doch Wolfgang Niedeckens, da noch ein Gottesnamen, dann haben wir dann Wolfgang Niedeckens und es stand immer, spielt andere Kölsche Leder. Als die Platte dann fertig haben, ja, können wir da nicht, rockt andere Kölsche Leder. Um Gottes Willen, wir rocken doch nicht die Burne, wild gewordene Liedermacherkapelle, oder was? Ja, und dann haben sie, nach langem Hin und Her dann doch Wolfgang Niedeckens-Bab, riesenlanger Name, Wolfgang Niedeckens-Bab, rockt andere Kölsche Leder. Ja, aber da ist ja schon Kölschrock drin, rockt Kölsch. Ja, genau. Aber das Plakat davor war ja noch anders. Also, ehe wir uns jetzt hier in ganzem kleinen Kram verlieren, ich kann da ganz viele Geschichten erzählen, ab 1976, was da gelaufen ist. Wir sind irgendwie wie die Schlafwandler plötzlich dann dazu gekommen, dass wir überall im Radio gespielt wurden und uns selber von Platz 1 verbringt haben. Das ist unfassbar. Das war ja auch eine Welle, die dann wahrscheinlich alle überrollt hat, das war richtig ab, aber ich denke, wir sollten noch ein bisschen bei den Wurzeln bleiben. Jetzt hat er das gerade noch erwähnt, diese Urkraft und Urgewalt, die dann teilweise rüberkam, in dem Fall Zeltinger und, aber im BAP kam dann auch zu der Zeit schon, sind ja auch in deinem Kölschrock schon drin, aber das kam dann so, sag ich, hinterher und dann aber umso gewaltiger. Wie hast du dann den weiteren Gang verfolgt? Auch von ihm natürlich. Ab wann waren sie jetzt? Ja, im Prinzip ab der Zeit, nachdem, sag ich mal, der erste Erfolg von Zeltinger da war. Ich glaube, das Mikro geht nicht, oder? Geht, geht, ja. Aber du, das ist im Verhältnis zu seinem Mikrofon etwas leiser. Er spricht auch ein bisschen leiser, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, wie war das? Ja, das gibt Rückkopplung. Wie war das damals? Ja, also als Zeltinger auf seinem Höhepunkt im Prinzip war, das war dann so 81 in dem Dreh, hatte er ja die großartige Chance eigentlich gehabt, er war damals für die Rockpopnacht gebucht gewesen. ZDF, ne? ZDF und soweit ich mich erinnere, ist er dann mit auf der Tour mehr oder weniger im Delirium gescheitert, also das Ding ging nicht mehr weiter. Er musste dann aufhören und ich glaube, ihr seid dann stattdessen dort aufgetreten. Ich habe also Essen, ne, ne, nicht Essen, das war Dortmund, wo ich es war. Ja, ja. Ich weiß nicht, also wir wurden da eingeladen, das war, das muss im Sommer, 81. Im Sommer 82, 82 war das, das war ja für uns so dieser Dreisprung in dem Jahr. Wir wurden eingeladen, wir sollen vor den Stones spielen, auch eine schöne Geschichte, tausendmal erzählt. Dann, dass wir dann Rockpop in Konzert und dann nachher Loreley, das war so der Dreisprung. Und zwischendurch ging dann irgendwie verdammt lang her durch die Decke, obwohl es nicht als Single ausgekoppelt war. Wolfgang Neimer vom WDR hat das einfach laufen lassen, Single war eine andere. Und auf einmal ließen das alle laufen, das war sensationell. Und, ne, bei Rockpop im Konzert haben wir gedacht, wir wären da die kleinste Nummer überhaupt, weil diese ganzen neuen deutschen Wellen-Acts da spielten. Also vor allen Dingen, ich habe mich sehr gefreut, dass es Ideal gespielt hat, ich sensationell fand, immer noch nach wie vor. Und extra bereit haben gespielt, weiß nicht, wer da noch alles war. Und jedenfalls, und wir haben das Ding gerockt und das war unfassbar. Und wir haben das, ich kann nicht wirklich begriffen, was da los war. Und dann kurz danach kam dann schon die Loreley und dann 10. Juni da mit dieser Veranstaltung um Köln-Bonner Rheinwiesen gegen Natho-Doppelbeschluss und so. Das ging eine Welle, wo wir selber überhaupt nicht mehr hinterher kamen. Also man sagt ja immer, man soll vor die Welle kommen. Aber wir sind sowas von hinter der Welle her gelaufen. Das war unfassbar. Ja, aber ihr habt ja praktisch ein eigenes Genre gegründet, also damit. Also jedenfalls nicht alleine, sicher, aber ihr steht jetzt als Bapp für Kölschrock. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist heute so. Damals war es halt noch nicht so. Ich versuche das auch noch so ein bisschen. Es gab ja so viele andere Protagonisten, die halt auch hier ihr Glück versucht haben. Köln war ja damals auch, was das angeht, extrem kreativ, muss man ganz klar sagen. Und Frank hat es eben schon angedeutet. Die Galerieszene hier war extrem, gerade Mitte, Ende der 70er Jahre. Aber warum soll ich das erzählen? Du warst da ja eigentlich viel aktiver. Da war ein Schmelztiegel entstanden. Woraus eigentlich? Warum war auf einmal dieses Kölsche so innen? Ja, das Kölsch... Das galt ja auch mal als verpönt. Ja, klar. Also Kölsch war jetzt nicht, wie soll ich sagen, so beliebt wie das Hamburgerische oder Bayerische. Also die Kölschen glauben immer, dass wir alle fänden, dass das so klasse. Aber es hatte immer damals auch so eine Art Assi-Touch gehabt, eigentlich so bei den Normalbürgern. Und dementsprechend war Rockmusik mit kölschen Texten schon auch wiederum was ganz Besonderes. Und dann, gut im Falle Zeltinger, mit der Figur, mit dem Typ, mit dem Gesicht, mit den Texten. Und dazu noch offensiv schwul, damals zu der Zeit. Also man muss sich die Situation da vorstellen. Das war Ende der 70er Jahre. Wenn da damals einer als schwul geoutet war, dann war die Karriere vorbei eigentlich normal. Und der geht hin und sagt, ich bin ein Tund und ich bin gern gesund. Also das war eine ganz andere Nummer. Und der hat nicht diese Opfernummer gespielt, ich bin der arme Homosexuelle und werde verfolgt. Sondern der ist hingegangen und hat den Spieß umgedreht. Und hat das offensiv gemacht. Und das war allerdings jetzt auch nicht so massenkompatibel, das Ganze, würde ich jetzt mal sagen. Weil das hat schon angeeckt auch. Also als Wolfgang dann kam, und der ist jetzt nicht jemand, der kann sich intellektuell ausdrücken. Sieht ganz anders und viel netter, sah er damals aus, als der Zeltinger. Und er hat, und sie haben halt eben auch, sag ich jetzt mal, ohne das abwerten zu wollen, das war halt, ich sag jetzt mal, konventionelle Rockmusik. Also als der Major dabei war, das war halt eben dann schon wieder. Das konnte auch die ganze Masse sozusagen, also gar nicht negativ gemeint, im Gegenteil, das war schön. Und das haute rein ohne Ende. Also sie hatten außerdem das Glück gehabt, dass sie halt zum rechten Zeitpunkt das Label gewechselt haben. Also dass die EMI auf die aufmerksam wurde. Und darf auch nicht vergessen, was den Wert oder den Stellenwert Kölns als Musikstadt betrifft. Da war die EMI Elektroler halt eben extrem wichtig. Ja, wir hatten halt, wir wären diesem kleinen Label treu geblieben, aber die hatten einfach keinen Vertrieb. Das war das Schlimme. Wir sind zu denen hingegangen, Leute, ihr müsst irgendwie unsere Platten, das waren die ersten beiden Platten, Ander Kölscher Leder und Affidaut, gebt die irgendwo in Vertrieb, damit die irgendwo auch mal aus dem, wie soll man sagen, aus dem Kölner Sumpf auch mal rauskommen, irgendwo anders hin. Die hatten ein paar Vertreter, die mit ihren Musterkörperschen durch die linken Buchläden gelaufen sind und haben das angeboten. Das war denen der Vertrieb. Das war der Horror. Wir wären dann nicht weggegangen. Und dann, Gott sei Dank, hat uns damals hier unser Bassist, der war der Geschäftstüchtigste, der hat uns dann wirklich gesagt, Leute, wenn wir das nicht machen, wir verschmoren im eigenen Saft. Und dann hat der Gerich, Gerich hat die Plattenfirma dann gesucht. Das war dann die EMI und dann haben wir das erste Album aufgenommen, auch dann mal mit einer ordentlich bundesweit organisierten Tournee. Peter Rieger hat die organisiert. Und dann hat der dummerweise dann irgendwann einen Tourbegleiter namens Roland Temme mitgeschickt und er war dann irgendwann bei Balou. Und irgendwann haben wir über ganz viele Jahre alles mit dem Balou gemacht. Was toll war. Das war der Mann aus Vertrauens, der wusste, die wir ticken. Der konnte die verschiedensten Temperamente in der Band auch erfassen und regulieren. Das war Albalou war ein Glückskräft, definitiv. Ja, aber nochmal auf den Schmelztiegel zurückzukommen. Frank, da bin ich nochmal bei dir. Das Klima in der Stadt Köln, so Ende der 70er, ich meine jetzt nicht das Wetter. War genau so schrecklich jetzt. Ja, kann man so sehen, regnet hat es auch öfter. Nein, aber jetzt mal ernst, sag mal, war da irgendwo, hat es das Gefühl, hier war so ein bisschen Protest oder hier war so Aufstand gegen das Establishment oder wie würdest du das beschreiben? Ne, Köln war vor allen Dingen eine echte Kunstmetropole. Also Köln, das kann man sich heute alles irgendwie nicht mehr recht vorstellen. Also Köln war neben New York das Mekka der bildenden Kunst international. Also diese hiesige Galerien-Szene war enorm und hier waren alle wichtigen Künstler. Also Art Cologne, alles das war hier. Und in diesem, sag ich jetzt mal, in diesem Milieu haben sich halt alle möglichen künstlerischen Aktivitäten abgespielt. Und dazu zählte halt auch die Musik irgendwo. Ich bin ziemlich sicher, dass das in Köln anders gelaufen wäre, wenn diese ganze Kunstszene, die sonstige Kunstszene in der Form nicht da gewesen wäre. Dann hätte das auch wahrscheinlich musikalisch anders ausgesehen, glaube ich. Also für uns war natürlich auch ganz wichtig, diese ganzen ersten Jahre dieser Bürgerinitiativen und Stollwerkbesetzung. Wir haben viel im Stollwerk gespielt, teilweise wurden Abkonzerte anberaumt. Wenn es hieß, da könnte es sein, dass am Wochenende eine Räumung stattfindet, dann haben wir schnell ein Konzert anberaumt. Da ging das mit der Räumung nicht. Also wir haben da viel gemacht und die Bürgerinitiativen brauchten natürlich auch für ihre Straßenfeste eine Band, die attraktiv war. Also wir haben Gott weiß wie viele Veranstaltungen gespielt, für oder gegen was. Und oft sind wir da hinten und haben dann erstmal, worum geht es jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich? Und ich weiß doch genau, wie der Spal immer sagt, ja die Teppichtaschen sind so komisch aus, aber irgendwie rächt haben sie schon. Mit dem Motto, wogegen sind wir denn heute? Ja, so und das hat natürlich, dadurch sind wir unfassbar viel gespielt. Ich habe ja die ganzen alten Terminkalender gesammelt. Wenn ich mir die durchgucke, denke ich, ich habe sie nicht mal. Da habe ich ja die Summen dahinter, was wir dafür gekriegt haben und wie oft wir gespielt haben und unter welchen Bedingungen wir gepennt haben. Das war der Horror, aber es war geil. Die sind auch vorhanden. Das historische Rathaus wird beutzig interessiert nach vorne. Wenn die wüssten, was ich alles habe, dann musst du drei Schneiderschiffe verbauen. Das sehe ich schon, die muss noch angebaut werden. Das war nur ein kleiner Sidestep. Aber das, klar, ich meine, ihr habt ja auch diese Stollwerkgeschichte, das habe ich damals in meiner Jugend immer so mitbekommen. Ich meine, ich habe in Hürth gewohnt, da in der Diaspora. Da hast du nicht so genau gewusst, was da ist. Da denkst du, da sind irgendwelche Protestler und die sind gegen alles. Und das war ja letztendlich auch so, wie ich gerade gehört habe. Aber das waren natürlich auch Auftrittsmöglichkeiten, Proberäume etc. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Das ist wirklich eine extra Veranstaltung, wenn man da wieder so Stollwerk kriegen will. Das kann man nicht so einfach so abgehakt. Aber wir haben beispielsweise unser erstes Album im Anursaal, im Stollwerk, der eigentlich ja denkmalgeschützt war, den haben wir aber trotzdem abgerüst. Und da haben wir unser erstes Album vorgestellt. Und zwar am 28. November 79. Und wir waren ganz stolz, wir hatten eine eigene Platte. Die war vom Pressen noch heiß, das muss man sich ja vorstellen. Das war eine tolle Veranstaltung. Und danach dann eben 80, Sebes hat es fotografiert, 20. Mai 80, wurde das Stollwerk dann besetzt. Und wir waren natürlich dabei. Wir haben Gott weiß wie oft dann da gespielt. Und auch später dann, als wir schon den Durchbruch hatten, wir haben immer wieder geguckt, dass wir noch irgendwie in dem Maschinensaal, die es da glaube ich in dem Maschinensaal gespielt haben. Und viele der Bands haben natürlich dann auch da geprobt. Also Dunkelziffer, die haben dann, oder Künstler, die dann da Ateliers hatten. Wir haben uns allen ernsthaft wirklich eingebildet. Man könnte aus diesem Filetstück, Stollwerk, dann sowas Alternatives machen. So, sagen wir mal, wie Goppenhagen, wie heißt das, wie ist das Ding, Christiania oder sowas. Sowas hatten wir uns gewünscht. Klar, von heute aus gesehen, schön, träum bigger. Ja, wer keine Träume hat. Und wer weiß, es ist ja viel daraus entstanden. Du hast ja eben auch schon mal erzählt, dass das mit dem Proberäumen im Vorgespräch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder Auftrittsmöglichkeiten schwierig waren. Basement fällt mir noch ein, war glaube ich ganz wichtig. Aber Stollwerk war halt eben die Nummer damals. Ja, was die Auftrittsmöglichkeiten betrifft, da war Köln wirklich ganz weit unten. Also es gab kaum Möglichkeiten, hier aufzutreten. Also abgesehen jetzt mal vom Basement und was gab es denn überhaupt noch? Später noch Luxor und sowas noch. Aber so wie das heute der Fall ist, dass du quasi überall auftreten könntest, das gab es damals nicht. Und das war ja auch das große Problem. Wie wirst du bekannt ohne Konzerte? Ohne Konzerte. Und das ging damals eigentlich nur wahlweise über Medien oder über Plattenverkäufe. Und wenn du ein kleines Label, so wie BAP, hattest, dann warst du nicht bei Saturn gelistet, dann warst du nicht Massenware, sondern das war wirklich nur Geheimtipp, wenn überhaupt. Und die Auftrittsmöglichkeiten waren schon echt ein Problem. Also Auftrittsmöglichkeiten für Rockbands war wenig. Deswegen haben wir natürlich auch ganz viel in Kneipen gespielt, wo sonst noch nie einer gespielt hat. Wir haben dann gespielt. Und wir haben ganz viel auch in Jugendzentren gespielt. Wenn der entsprechende Heimleiter darauf stand, auf das wir es machten, dann hat der uns engagiert. Und teilweise war das auch hart. Also teilweise war ich, ich könnte aber jedes Mal, wenn wir die Rieler Straße runterfahren, da sehe ich dieses Jugendheim in Riel. Und ein furchtbares Erlebnis. Das war noch 1979 im Sommer. Wir haben da aufgebaut, unsere Anlage, um zu spielen. Und die Kids hatten überhaupt keinen Bock auf ein Rocker-Roll-Band. Die wollten Disco, die wollten abends Disco. Was haben die gemacht? Die haben den Flipper vor die Bühne geschleppt und haben geflippert, solange bis sie wieder aufgehört haben. Das war bitter. Das war sowas von bitter. Da reden die heute noch drüber, wie sie damals BAP von der Bühne gejagt haben. Irre schöne Geschichte. Ja, aber na gut, da muss man durch, glaube ich. Es gibt ohne Ende von diesen Geschichten, die romanfähig wären, wo du irgendwie von einem Klo in den nächsten gegriffen hast. Klar, das gehört einfach dazu. Und irgendwann hörte das dann auf. Auf einmal kriegten wir Angebote ohne Ende. Das ging ja so schnell. Das hat sich so schnell gekippt. Also das war wirklich eine rasende Geschwindigkeit, wie das sich entwickelt hat. Und dann im Prinzip die ganzen 80er, kann man sagen, dann ja im Prinzip eine riesige Welle. Dann natürlich auch der Begriff Kölschrock dann auch aufkam. Aber immer verbunden mit BAP. Obwohl es ja immer noch ein paar andere Protagonisten gab. Ich sage ja immer, die tollste Phase von dem, was man halt Kölschrock nennt. Die tollste Phase war eigentlich um die Anfang der 90er Jahre, als es plötzlich, als der Tommy sich von Blackfuss getrennt hat und hat LSE mit den beiden Kollegen gemacht, mit Arno Steffen, mit Lammers, LSE. Das war eine sensationelle Band. Das war sowas von innovativ. Und Piano Aspen Drinking war auch eine sensationelle Truppe. Ja, ich gehört es doch. Und Brings war noch keine Karnevalsband und die haben auch ordentlich losgelegt. Und das war dann eben genau auch zu der Zeit, wo wir dann auch A-Schuh gespielt haben am Klubischplatz. Das war genau diese Phase, war für mich die interessanteste, also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen lustigen Sachen, die da am Anfang passiert sind, aber so am kreativsten war das genau diese Phase. Diese Phase, das war unfassbar. Also da hat uns, in der Zeit hätte uns auch keine andere Stadt in Deutschland das Wasser reichen können. Also gerade dieses A-Schuh-Konzert, was du da ansprichst, das ist natürlich ein absoluter Hammer gewesen. Ich meine, Klubischplatz, die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Das ist schon eine absolute Irre. Und das war, glaube ich, dann auch so eine, ja, war das der Höhepunkt, kann man sagen? Ja, was die Bekanntheit betraf, ich sehe, auf jeden Fall, klar. Also das war wirklich absolut der Höhepunkt von Köln als Musikstadt, sage ich jetzt mal. Also da kam ja alles Mögliche noch hinzu. Dann zu dem Zeitpunkt siedelte sich dann, dann kam das mit der Popcom, dann kam die Sache mit Viva, die sich hier ansiedelten und sowas alles. Und dann ging es bei Grab. Ja, so gesehen ja, klar. Aber das war sozusagen mal der Höhepunkt jetzt vom Stellenwert Kölns. Und dann kann man das sogar vielleicht fast an einem Datum sogar festmachen. Es ging dann abwärts eigentlich, und das ist ja auch einer der Trugschlüsse Kölns. Ich meine, Köln glaubt immer, es wäre von sich aus sich selbst heraus tragend, aber ich denke, vieles, was Köln ausgemacht hat, hing damit zusammen, dass Köln halt die nächste große Stadt neben Bonn gewesen ist. Und mit dem Hauptstadtbeschluss, 91, ab dem Moment setzte der Sog nach Berlin ein. Und ab Anfang der 90er umso schneller, als nachher der Hauptstadtbeschluss umgesetzt wurde, also Anfang der 2000er. Das heißt also, diese relativ kurze Phase zwischen 91, 92 bis 98, 99 in dem Dreh, das war nochmal so ein, ja, das war nochmal, wo das alles sich nochmal so etabliert hatte. Aber dann ging es aber rasend schnell Richtung Berlin. Das ist richtig. Und es ist ja auch interessant, weil Wolfgang Niedegen hat auch gerade von Brings erzählt, das ist mir auch aufgefallen, dass die, ich weiß auch, die im Kopf nur mehr zwei, oder so, was die gesungen haben, was ja dann schon eindeutig Kölschrock war. Und dass die als Kölschrock-Band sozusagen wahrgenommen wurden und dann aber Probleme bekommen haben und dann den Karneval ja praktisch als Rettungsankörner nutzen mussten. Da hatte sich schon was gedreht. Also wir hatten ja für die Bands, also Bach und Brings hatten ja viel miteinander zu tun. Also wir hatten ja viel, wir hatten ja wirklich viel miteinander zu tun. Also unsere samadige Gitarrist hat die ja produziert, ganz am Anfang. Der Major hat die produziert, ne? Der Major hat die produziert, ja. Und das hat er auch gut gemacht. Und das war eine tolle Band, überhaupt gar keine Frage. Wenn die nicht so toll gewesen wären, hätten die das mit dem Karneval natürlich auch nicht mehr geschafft. Aber das war so, das war halt schwer, diesen, diesen, davon leben zu können. Und die hatten natürlich auch alles schon Familien. Das ist überhaupt so ein Ding, das weiß der Laie ja eigentlich gar nicht, wieso Bands gut funktionieren in einem Alter zwischen 17 und 28. Weil man danach keine Familie hat. Man ist froh, wenn man genug Sprit im Tank hat, wenn man seinen Deckel bezahlen kann und wenn man ein bisschen was im Kühlschrank hat. Und dann geht das los. Und auf einmal hast du Verantwortung. Auf einmal musst du gucken, dass du für eine Familie die Miete bezahlst. Und was da, Klamotten. Und auf einmal geht das in eine ganz andere Richtung. Da muss das auf einmal stimmen. Also, wenn diese eben zitierten Terminkalender, wo die Summen dahinter standen, das war mir scheißegal. Ja, wir haben gespielt. Es war egal. Es war total egal. Wir haben, bei den ersten Gigs haben wir, die ersten zwei Jahre, wo wir überhaupt gespielt haben, haben wir am Vorabend von einem Gig gefragt, im Klubisch-Eck, ob einer Lust hätte mitzukommen und ein bisschen was aufzubauen, ein bisschen was zu schleppen oder was. Es ging einfach ohne irgendwelche kommerziellen Interessen, jedenfalls bei uns. Und vielleicht war das auch entscheidend, dass wir das so leicht genommen haben, dass wir überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Vielleicht war das diese Nonchalance, die uns getragen hat. Kann durchaus sein. Weil irgendwann war die Nonchalance natürlich auch weg. Ist ja klar. Gibt es heute noch Kölsch, Rock außer Babb? Oder hört das mit Babb auf? Ich bin da nicht mehr der Experte. Ich weiß es wirklich nicht genau. Also, es wird ja immer gesagt, es gibt diverse Bands, die es noch irgendwie weitertragen. Und dazu zählt halt irgendwie auch Brinks und Cat Baloo und Kasala. Wobei die halt auch über den Karneval kommen, aber natürlich rockige Töne haben. Also das ist merkwürdig. Das ist Karnevals-Kölsch-Rock, sage ich immer. Ja, das hängt natürlich mit was anderem zusammen. Die Native Speaker sterben ja aus. Das ist so. Wer hat denn noch einen kölschen Alltag? Habt ihr noch einen kölschen Alltag? Ich nicht. Also ich bin heilfroh, wenn ich pro Woche zwei oder drei Leute treffe, mit denen ich kölsch sprechen kann. Und zwar instinktiv. Also kölsch sprechen ist ja was Instinktives. Es gibt Menschen, mit denen kann ich nicht Hochdeutsch reden. Zählt der Tommy Engel zu? Ich kann mit dem Tommy nicht Hochdeutsch reden. Das geht einfach nicht. Mit der Platte auch nicht, natürlich. Ich kann die Platte auch nicht. Das kommt aus einem selbst raus. Also wie zum Teufel. Ich habe ja teilweise schon, wenn ich unsere Stücke betexte, denke ich, komm, hör auf, Mann. Du kannst ja nicht allen Ernstes das noch so singen. Du redest doch mit keinem mehr so. Deswegen werde ich so nach und nach, gehe ich dann auch auf Formulierungen über, die ich bestimmt vor 20 Jahren noch anders gemacht hätte. Aber ich bin ja jetzt nicht der Mundartpflegetyp, der jetzt in so einem Verein da ist, der ganz, ich finde das toll, weil die Akademie für die Kölsche Sprache ist. Ganz, ganz toll, dass sie das machen. Aber ich bin da nicht Mitglied. Und das ist auch jetzt nicht so das Ding, wieso ich das überhaupt mache. Ich habe Kölsch gesungen damals, habe ich in tausend Interviews dann auch immer den Satz gesagt, wäre ich Londoner, würde ich Cockney singen. Jetzt bin ich nur mal aus Köln und jetzt singe ich halt Kölsch. Das war der Grund. Ich fand das auch toll. Bands wie, wie hieß es, die Cockney Rebel, Sebastian. Ich fand das sensationell, dass die Cockney gesungen haben. Small Faces da oder die Stücke auf Cockney. Ich fand das sensationell. Nur ist diese Zeit erst vorbei. Also ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht zehn Menschen, mit denen ich noch instinktiv Kölsch sprechen kann. Und die treffe ich nicht wirklich. Die Sprache meiner Seele ist Kölsch. Zitat Wolfgang Niedeggen hat er schön gesagt. Oder Vorbereitungsbesprechung. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, weil ich das so schön fand. Aber das ist so. Genau, wenn ihr mal jetzt mal rebt, durch die Tür kommt, dann geht das gar nicht anders. Dann geht das Mundwerk sofort in den, bei uns nimmt man das so ein bisschen Hürterblatt, aber das ist es auch so wie Kölsch. Also dann ist es nicht groß, geht das anderes. Und dann geht es zur Post, geht die Post ab. Vor allem die Nachbarstadt Frechen heißt dann nicht Frechen, sondern Freischem. Freischem, ja klar. Also das ist herrlich. Aber du merkst es gar nicht. Du redest einfach dann weiter und dann kommt das Gefühl sozusagen aus dem Inneren heraus. Und das ist halt schön, wenn du genau mit solchen Leuten dann redest und irgendwann wird es dann ganz ernst, dann verirrt sich auch schon mal ein hochdeutsches Wort da rein. Dann passt aber irgendwie nicht da hin. Das ist sensationell. Und dann muss man immer wieder lachen. Ja, aber das ist letztendlich dann auch wieder, denke ich, auch wirklich einer der Ansätze, warum das heute schwieriger ist für die Bands. Dass man auch ein Gehör findet. Liegt es aber auch daran, dass man damals vielleicht auch ein bisschen politisch war. Da wurde ja gerade schon angesprochen. Was war da nicht alles damals? Schachtbahn, West, irgendwann die ganze NATO-Doppelbeschlussgeschichte und so weiter. Und heute ist vielleicht die Musik komplett unpolitisch. Ist eher Unterhaltung, oder? Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen. Ja, wobei man zweierlei dazu sagen muss. Also das, was Wapp gemacht hat, da kann man schon sagen, das hatte mit Politik irgendwie zu tun. Aber bei Zeltinger konnte man das nur gerade eben nicht sagen. Das war eine ganz andere Geschichte. Aber beides zusammen hat er eben das letzten Endes ausgemacht, was Köln als Musikstadt dargestellt hat. Und heutzutage würde ich mal sagen, ist das, was die Bands heute machen, aufgrund der veränderten Situation, eigentlich nicht viel mehr als das Bedienen von, ich sag jetzt mal, Lokalpatriotismus. Also man singt auf Kölsch, weil es auch einen gewissen Resonanzboden bekommt und die Leute das halt gerne hören. Also unabhängig jetzt mal davon, ob jetzt Kölsch insgesamt am Rückzug sich befindet, aber trotzdem, Köln als solches, sieht sich immer noch so in dieser Tradition auf jeden Fall. Und deshalb gibt es ja auch den Karneval. Und man spricht ja da immer auch noch Kölsch. Klar, dass das weniger wird, mag sein, aber... Aber nicht mehr viel. Also ich bin ja jetzt nicht karnevalsmäßig unterwegs, aber ich hab mir sagen lassen, dass nur noch sehr, sehr wenig Kölsch stattfindet. Ja, mag sein. Aber klar, wenn es keiner mehr versteht, wenn es keiner mehr lebt, wie soll in der Kölsch stattfinden? Ja, ja, klar. Da geht ja nicht Karneval raus, sozusagen so, jetzt retten wir mal ein Wochen lang, retten wir die Kölschsprache und wer das nicht versteht, ist selber schuld. Also das macht ja keiner. Aber es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun mit den Radioformaten. Also man kann diesen jungen Kapellen ja oder diesen jungen Sängern, die da jetzt alle zugange sind, die sehr austauschbar sich anhören, in meinen Ohren. Den kann man viel vorwerfen, aber letztendlich ist das Radioformat schuld. Also das weiß ein Leier auch nicht, was das Radioformat ist. Nach so und so vielen Sekunden hat der Refrain zu kommen, bloß keine lauten Gitarren und es darf nichts dabei sein, was in irgendeiner Form stört. Es muss immer alles Uplifting sein, es muss immer alles so... Darf nicht mehr anecken. Darf nicht mehr anecken, es muss Uplifting sein, sonst glaubst du nicht im Radio. Und wenn du dich danach richtest, dann hast du diese Lego-Musik. dann hast du das. Schöner Begriff. Pass drauf. Dann hast du Lego-Musik. Ich will gar nicht für euch, ich drüber reden, weil erst war das Radioformat und dann kam die Lego-Musik. Also das an den jungen Kollegen festzumachen, halte ich für unfair. Es gibt ja auch gute Bands nach wie vor. Also die setzen sich nur nicht so stark durch. Ich meine, wenn man heute auf Konzerte geht, ich überlege, welche Konzerte ich zuletzt besucht habe, das waren alles die alten Säcke, auf gut Deutsch gesagt. Kraftwerk, OMD, was auch immer. Und das ist halt Dinge, die wir schon in den 80ern gehört haben. Das, was heute kommt, ist natürlich auch klar, Gibt's alles. Gibt's alles. Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, die ganze Musik ist einfach so ein bisschen generell etwas sehr weich gespült. Rebellenblut gibt's da, glaube ich, keines. Oder wenn, dann setzt es sich nicht durch. Also, lass mal beim Radioformat anfangen. Es ist furchtbar. Die kommerziellen Radios haben letztendlich dann die Maßstäbe gesetzt für den Öffentlich-Rechtlichen. Der Öffentlich-Rechtliche ist hinterher gedackelt. Das ist ein Skandal. Ich kämpfe dann natürlich immer wie Donkey Shot gegen die Windmühlen dabei. Ich führe fast auf jedem Album irgendeine Nummer dagegen, wo ich mich so aufrege. Musik, die nicht stört, gibt's ein sehr schönes Stück. Ja, aber das nützt gar nichts. Das Radioformat regiert uns. Und dann passt du dich an als junge Band oder du sagst, scheiß drauf, wenn sie ihn ohne, dass wir irgendwie ins Radio kommen durch die Gegend und auf die Gefahr hin, dass wir keinen Erfolg haben. Und dann sie eben 17 bis 28 und irgendwann musst du damit Geld verdienen. Dann war es das schon wieder. Macht das jeder. Nicht jeder läuft da als Held durch die Gegend. Das ist, eigentlich ist es tragisch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle nur Lego-mäßig unterwegs sind. Und das Einzige, was sie können, sind Lego-Dinger zusammenbasteln. Aber die können mehr. Mit Sicherheit. Ich kenne ja auch die Bands, wo wir keine Namen nennen, aber was sie vorher gemacht haben und was sie jetzt machen, teilweise ist es furchtbar. Tut mir total leid. Wenn ich mal so als Beispiel sagen darf, so ein Song wie Smoke on the Water mit diesem bekannten Gitarren rüber, am Anfang wäre heute gar nicht mehr, würde im Radio nicht laufen. Und da würde so einiges nicht laufen. Das war jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil es wirklich jeder kennt. Also ein Stück wie Kristallnacht von uns, was keinen Refrain hat, das war schon hart. Mein lieber Mann, es gibt keinen Refrain und trotzdem alles gestürmt, ohne dass wir es wollten. Wir haben einfach so, gut, dann koppelt die beste Nummer vom Album auf zu Kristallnacht und das funktioniert. Verdammt lang her. Der erste Refrain kommt auf vier Strophen. Tut mir die Falle. Das konntest du heute nicht mehr bringen. Obwohl genau das ja das Schade so schlimm ist, weil es genau das dann passiert, dass es eben sich alles gleichförmig anhört. Aber ich möchte nochmal vielleicht mal einen kleinen Rücksprung machen in die Anfangszeit, weil ich wollte einfach mal gucken, die ganzen Protagonisten, die der Frank damals auch in seinem Kölschrock-Heft, das ist ja wie eine Zeitkapsel, ich muss das einfach hier mal erwähnen, weil du hast ja wirklich genau in den Zeitraum, 81 ist es veröffentlicht worden, 80 hast du es geschrieben, mehr oder weniger und da sind ja sozusagen Protagonisten dabei, die in der Zeit halt wirklich ja, in waren und da, Zeltinger ist schon erwähnt worden, Bab Triumvirat finden wir da. Kölner Szene, die haben natürlich nicht Kölsch gesungen, die haben Englisch gesungen, damit wäre auch international ein Erfolg nachgewiesen, weil die haben ja auch international, zumindest in den USA, also ein bisschen Emerson-Legend-Palmer-Verschnitt ja für Furore gesorgt. Und was macht einer von den Jungs heute? Spricht du von Arne Steffen oder von Jürgen Fritz? Jürgen Fritz. Ja, Jürgen Fritz spielt heute mit Tommy Engl zusammen. Richtig. Jürgen Fritz, einmal damals sowas wie der Lieder, sag ich mal, von Triumvirat. Er war der Boss von Triumvirat, das war der Rick Wakeman auf Kölsch, sozusagen. Ja, und heute halt ist er bei so vielen tollen Liedern wie von Tommy Engl halt dann sozusagen auch im Hintergrund aktiv. Der Pianoman, ja. Also man sieht schon, der eine oder andere, aus dem ist dann doch noch was geworden. Auf jeden Fall war er ein Kölschkalker, aber mit dem kann ich mich auch nur Kölsch unterhalten. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Habt ihr mal zusammen gespielt? Ja, im Zusammenhang mit Tommy und er hat da dieses Dings hier niemals geben also ganz produziert. Ja. Auch eine sehr schöne Geschichte. Auch eine sehr schöne. Das kann ich mir vorstellen. Also kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Ich wollte nochmal über die Blackfist reden. Ganz am Anfang hat Wolfgang nie denken, das ist ja auch klar gesagt, weil hier auch die Blackfist drin sind, die man ja im allerersten Moment viele Leute heute gar nicht mit Kölschrock verbinden. Warum sind sie trotzdem drin? Ja, die Blackfist waren zum damaligen Zeitpunkt so eine Art übergeordnete Instanz in Köln. Das war die, die thronten über allem. Das war Volksmusik im weitesten Sinne und auch im besten Sinne. Die haben ja alle Stile, die es überhaupt gab, irgendwie in sich vereint. Auf eine sehr gute und auch kreative Art, finde ich. Und das konnten die sehr schön ausdrücken. Und sie waren halt eben auch schon alleine von ihren enormen Plattenverkäufen über allem throntend. Also bevor dann Album erschienen, Neues, da waren die schon auf Goldstatus. 250.000 waren da schon im Vorbestellwege weg. Und deshalb, wie gesagt, stronten die über allem damals zu dem Zeitpunkt. Und Seltinger, der dann später kam, der hat vielleicht zum Beispiel 100.000, 120.000 LPs vielleicht verkauft oder so. Das ist alles jetzt nichts gegen die, also nachher dann. Das war ja dann nochmal in Potenz, das Ganze. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war man mit 250.000 verkauften Exemplaren bei einer LP, also da warst du ganz weit oben. Und das hatten die Blackfills gemacht und vor allem Tommy Engel hatte immer so eine Affinität zu dem, was auch da in der Rockszene passiert. Und der interessierte sich dafür. Und die Blackfills haben auch aktiv da mitgemacht. Sie haben auch aktiv dort begleitet und sie haben auch Seltinger beispielsweise, Tommy Engel ist ja dann auch da mit aufgetreten und ähnliches. Also die haben sich da sehr engagiert und haben da hohe Verdienste, was das betrifft. Absolut und dann nennen wir da noch ein paar andere Namen, die du auch damals auch interviewt hast. Neben natürlich Wolfgang Nieden, das Interview ist ja auch hier drin. Auch so eine Art Zeitkapsel, sage ich mal. Mal nebenbei bemerken, das Heft gibt es vorne noch zu kaufen. Ein paar hast du noch, das sind so die letzten, glaube ich. Ja, also vielleicht richtig, um es richtig zu stellen. Also ich habe noch mal dieses Magazin, ich hatte nur noch ganz wenige Exemplare von dem eigentlichen ursprünglichen, was damals erschienen ist. Und es ist da noch mal vor ein paar Jahren durch eine andere Sache nicht notwendig geworden. Ich bin da auf die Idee gekommen, das ist doch eigentlich so verrückt, das Ganze. Leg es noch mal auf, als Faximile-Druck. Und der Faximile-Druck, der jetzt erschienen ist, ist ein ganz anderer als das, was da damals war. Das war ganz billiges Papier, damals 1981. Und jetzt ist das halt auf richtig teurem, weiß ich was, Katalogpapier erschienen. Alt, neu. Genau. Und wir haben vor allen Dingen, ich meine, das muss man auch mal wissen, wir haben gerade vorhin noch in der Ausstellung darüber gesprochen, wie man früher Grafik gemacht hat. Also das Ausschneiden von dem ganzen Zeug und aufpacken und kleben und Repros machen und so. Das war alles ein Heidenakt, das Ganze. Und damals waren so wahnsinnig viele schreckliche Rechtschreibfehler in dem Ding drin. In dem ersten. Irre. Echt irre. Und da habe ich wirklich dann gesagt, komm, das müssen wir alles nochmal jetzt korrigieren. Dann haben wir das gemacht. Hast du auch einen Kasten Bier leer geprobt, oder? So ungefähr, ja. Mehrere Kästen. Mehrere Kästen. Beim Schreiben, ich kann es mir vorstellen, ich bin auch Autor. Ja, dann haben wir halt eben, also wie gesagt, viel, viel besseres, tolles, richtiges, tolles Papier und dann die Fehler korrigiert. Da waren sogar die Blackfirs falsch geschrieben. die waren nur mit einem S geschrieben. Da geht ja nur ja hin. Es ist irre, ne? Und ja, dann alles korrigiert und dann auch ein bisschen Farbe noch dazu gemacht und so. Jetzt sieht das halt ganz anders aus. Und von diesem maximalen Druck gibt es halt noch ein paar weniger Exemplare und die kriegt man hier, wenn man sie haben will. Okay, haben wir das sozusagen im Werbeblock auch hinter uns? Im Werbeblock haben wir hinter uns. Das gehört aber dazu und ich denke, viele werden ja auch... Ja, zum Beispiel ein Verständnis, weil die Leute denken vielleicht, das wäre das alte Ding von 1981. Nee, das ist es definitiv nicht. Also das sind ja heute auch ein bisschen farbiger, alles netter gestaltet. Was ich interessant fand, dass du auch Conny Plank damit aufgeführt hast, der ja letztendlich auch international riesig erfolgreich war, aber damals auch schon in der Kölner Szene halt letztendlich aktiv war. Also als Produzent halt. Der hat ja sein berühmtes Studio gehabt, da gab es mal eine schöne Fernsehdokumentation mit seinem Sohn, wo man das alles nochmal gesehen hat, wer da alles gewesen ist. Absolute Weltstars, aber eben auch Köln. Also der hatte da großen Einfluss. Ja, absolut, ja. Also obwohl er kam nicht aus Köln, er kam eigentlich gebürtig aus Kaiserslautern und ist hier irgendwo gelandet und hat dann halt hier sein Studio aufgebaut, also mit einer unglaublichen Akribie gearbeitet. Der Mann, der war völlig besessen von seinem Job und also mit höchstem kreativen Potenzial ausgestattet, der Mann auch. Also er hatte wirklich ein Riesen-Näschen für das, was wirklich, er nannte das immer so, was authentisch ist. Und da hatte der wirklich einen echten Riecher für, muss man echt sagen. Und er hat das wirklich dann auch erstens mal, wenn er eine Platte produzierte, wirklich auch das Essentielle reduzieren können und auch hingekriegt. Also eher Wolfgang hat es ja dann auch später bei ihm gemacht und das, ich denke... Die erste Single, als der Major zu uns kam, wir wollten also unbedingt jetzt zeigen, wir haben jetzt einen Rollen-Roll-Gitarristen und dann haben wir gecheckt, ob das gehen würde beim Conny Plank und dann sind wir dann tatsächlich für einen Nachmittag zum Conny Plank hin und haben den Show-Rock aufgenommen. Und das war... Wir hatten einen Saxophonisten, das war eigentlich ein Jazz-Saxophonisten und der konnte das, was da zu spielen war, das konnte der nicht. Dann ging der Conny Plank, ging dann in seine Plattensammlung und hat von den Rolling Stones eine Platte, ich weiß nicht mehr, welches war. Und dann ist er, der war ja ein kräftiger Kerl, dann ist er wirklich durch diesen Studio, so Chuck Berry-mäßig ist er durch dieses Studioraum da und hat dem körpersprachemäßig gezeigt, was er jetzt zu spielen hat. Alla Bobby Keys wahrscheinlich. Ja, ja, ja. So, in der Art. Und das war großartig. Und ich weiß noch, wie der dann saß und das Stück hatte irgendwie zwölf Strophen oder was, der ist fast wahnsinnig geworden. Das ist irgendwie... Die Typen, die normalerweise kommen, sind froh, wenn da zweieinhalb Strophen kommen, da kommt er mit zwölf Strophen an oder was. Aber er hat's gemacht und es war toll und wir haben dann nachher, war er allerdings schon tot, dann haben wir noch das Amerika-Album aufgenommen und dann eben halt auch das Album Zeltinger Solo-Blatt haben wir dann produziert. Ja, das war da, auch seine Frau, das war, die ganze Familie, das war der Hammer, da zu sein. Und was die gekocht haben, solche Unfassungen. Tommi sagte, das ist ein wunderbar Studio, aber dass man hier auch noch immer noch singen muss und eigentlich nur hier zum Essen hergekommen, war's schön. Herrlich, also wenn man das, ich weiß nicht, ob das noch online zu finden ist, also es gibt da wirklich eine sehr schöne Doku drüber, ich meine, die haben ja auch Jurismics, wer war da nicht all da, also das ist ja irre, was die da an Aachen Wels, da auch aus den USA hatten. Und alle haben sie gesagt, von wegen, was ist das denn hier, hier kommst du doch wirklich auf so einen Bauernhof an. Und dann hat er natürlich sein Studio gehabt und das muss ein Traum. Ich hab mal vor ein paar Jahren Dave Stewart in L.A. interviewt für diese Dillengeschichte, für die Arte. Und der hat sich unmittelbar nach Grail Blanc erkundigt, wie es überhaupt das Studio noch gibt. Das sind ganz viele Leute, die haben ja eine ganz emotionale Bindung zu. Einfach weil das, das war auch authentisch, das war ein Bauernhof. Und wo man da geschlafen hat, das war nicht irgendwie im Hilton oder was, das war irgendwie schon ja, grenzwertig. Aber trotzdem haben wir uns alle, haben uns alle total wohlgefühlt. Ja, und dann natürlich auch versorgt worden, wie gerade schon erzählt. Also, ja, also irgendwie deutsch-amerikanische Freundschaft, die haben da auch produziert, also Wahnsinn. Also das, das ging wirklich auch quer durch alle Sparten, kann man sagen. Aber gut, damit haben wir ihn jetzt auch nochmal gewürdigt, weil er gehört letztendlich auch zur Kölner Szene, so sage ich es jetzt mal, auch wenn es nicht Köln-Schrock spezifisch ist. Ich möchte eine Sache von dir noch erwähnen. Du hast ja im Prinzip letztes Jahr, oder war es schon wieder zwei Jahre her, die Geschichte mit Sir Köln, die auch hier drin sind, nochmal neu aufleben lassen. Muss man dazu sagen, der Schlömer, der Gitarrist und du, ihr seid Schulfreunde. Ja, wobei ich, ich glaube drei Jahre älter bin, also ich war drei Klassen über dem. Ja, wenn du dauernd aus der Schule geflogen bist. Ja, der hat mich dann eingeholt. Achso. Verstehe. Und dann waren wir irgendwann mal vielleicht mal in einer Klasse, weiß ich aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, Dirk Schlömer, ja. Das war damals zu der Zeit sein Problem. Also er hat es in Köln gemacht, das war 1979 und ja, das war eine tolle, wunderbare, ja, Punk-New-Wave-Band. Also musikalisch wirklich hatten die echt was drauf und das scheiterte aber daran, dass du zum damaligen Zeitpunkt, wenn du nicht auf Deutsch gesungen hast, hattest du keine Chance. Das war immer eine Wellenbewegung. Ja. Immer eine Wellenbewegung. Dann hast du halt, die die hinterher gelaufen sind, die waren halt zu spät. One step behind. Aber die Wellenbewegung kannst du bis heute verfolgen. So wie in der Kunstgeschichte, das ist immer eine abstrakte und realistische. Immer eine Wellenbewegung. Ja, genau. In allen Lebensbereichen. Also die hätten eigentlich wirklich Erfolg haben müssen eigentlich von ihrem Potenzial her, aber das war nicht der Fall. Dirk Schlürmer war damals auch noch relativ jung, ich auch, und da hatte der keinen Bock mehr, als das nicht gleich lief und da haben sie das ganze Projekt dran gegeben und aber dennoch, das was sie da noch hatten und auch als LP damals eingespielt hat, das schlummerte immer in irgendwelchen Schatullen rum und irgendwann, das lag daran, dass ich damals den Flohe-Film gemacht habe und ich habe mir damals gesagt, der Dirk soll die Filmmusik machen. Ich wollte keine kölsche Musik haben, ich wollte Rockmusik haben da drauf, auf das Thema Flohe halt. Und er hat das wunderbar gemacht und da kam dann später bei dem Double-Film hat er das auch gemacht, die Filmmusik und da habe ich dann, kam er dann und meinte, warum, also er kam mit einem Song, mit einem bestimmten Köln-Song und das wurde dann einer Filmsequenz hinterlegt und das passte super, das klappte wunderbar, auch auf Englisch, obwohl Kölner Thema. Und da haben wir dann gedacht, ja, vielleicht kann man ja die alte LP nochmal jetzt als CD herausgeben, haben wir gemacht. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, das hat kein Mensch gekauft, aber ist ja egal, Hauptsache man hat es mal gemacht und theoretisch kann man es jetzt auch als CD kriegen, hat finanziell überhaupt nichts gemacht. Aber, ich meine, ich war an dem Abend dabei, als die im Basement dann, wie sagt man bei den Blues Brothers, wir bringen die Band wieder zusammen, das haben die ja wirklich gemacht, nach 40 Jahren dann wieder im Basement aufgetreten, da war noch ordentlich Feuer hinter, und nicht nur ein bisschen, sondern das war wahrscheinlich nicht weniger als damals. Genau, und ich habe damals im Zuge dessen halt den aktuellen Journalisten hier in Köln, damals die letzten Reste von diesen Kölschrockmagazin damals geschickt, damit die wissen, was damals los war, weil da war ja auch das Interview mit Dirk Schlömer als damals 18 oder 19 Jähriger drin, damit die wissen, um was es da geht, und weil die alle sagten, boah, ist ja irre, was damals in Köln los war und so, bla bla bla, und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, das Ding nochmal zu machen. Es gibt ja auch eine Ahnengalerie hier drin, wer mit wem so ungefähr, also wer in welcher Band schon mal gespielt hat, und das ist in Köln, glaube ich, ein ziemliches Bäumchenwechsel, die spielen, also hier grinst jemand. Der kennt das Thema, glaube ich, also das ist sehr interessant, wenn man sich das mal durchliest, wer überall schon gewesen ist. Ist eigentlich doch Schröder-Rotschow da, Mann? Ja, klar. Das sind die Leute ganz wichtig. Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig die Band, also nicht nur in Köln. Ja, 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 auf jeden Fall. Schröder-Rotschow, da war, glaube ich, auch Gerd Köster dabei, ne? Da kam der quantisch her, und dann Uli Hund war der erste Sänger, und danach hat der Gerd das gemacht, und ja, das war, war eine tolle Band, auf jeden Fall. Frank Hocker hat da Gitarre gespielt, Ritz Schwab, Hammerband, also wir haben auch sehr viele Sachen dann auch immer wieder auf irgendwelche Veranstaltungen zusammengespielt, oder so. Irgendwann sind die ja nochmal, sind die ja noch mit Tonsteines Scherben nochmal losgezogen, als Rau hat das organisiert, was aber, glaube ich, nicht so doll gelaufen ist. Doch, das war doll, kann man nicht sagen, aber es ist schon ganz gut gelaufen. Ich habe es in Saturi gesehen. Ja, ich auch. Aber die Stimmung war nicht gut, weil Schröder-Rotschow, das war ein Roggenrohr, oder? Ja, aber das lag daran, dass die Leute, die eigentlich ihr Stammpublikum waren, die waren sauer, dass die sich mit so einem Großmorgul wie Fritz Rau zusammengetan haben. Das widersprach dem alternativen Selbstverständnis. Weißt du, zu der Zeit haben wir da nur drüber gelacht, über diese Vorhalte. Aber das gab's. Das war, also, wenn bei uns einer ankam und hatte eine neue Jeans sich gekauft, dann guckten die anderen an und sagen, ich finde, du bist ganz schön kommerziell geworden. Wir haben das nicht mehr vervollgenommen, das war einfach Gaga. Und wir sind Gott sei Dank noch von Eigelstein zur EMI und das ist unbeschadet, obwohl ja auch was aus dieser Stollwerk-Szene gab, relativ unbeschadet, weil wir ihnen auch klar gemacht haben, wieso wir da sind. Ich kann mich aber erinnern, dass damals auch einige Leute gesagt haben, jetzt haben wir sie kommerziell. Ja klar, logisch. Das gab's auch neue Jeans. Aber bei Schröder, als die dann zu EMI gegangen sind, das war Hauer. Das war, was sie sich alles anhören mussten, das war nicht mehr schön. Aber sie galt ja auch noch als ein Tick extremer, also Anarcho-Rock, also richtig heavy, anarcho-mäßig waren die unterwegs und nicht so wie hier oder weiterher. Ja, weil die, die Schröder sind, war doch so, wie hieß der noch, Django Edwards, sie haben also ganz viele Dinger da so rein, reingebracht, das waren Happenings, das war sensationell, ich finde das großartig. Da ist auch wieder Kunst mit dem Spiel, bei solchen Leuten. Dann ist die Verbindung, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, zwischen der Kunstszene und der Musikszene sehr stark immer noch da. Und ja, ich würde aber gerne mal noch einen Bezug auch mal hier zu dem Ort, wo wir gerade sind, herstellen. Das historische Stadtarchiv, ich habe eben gerade drüber gesprochen, mal so ein bisschen aus Witz, aber wäre das wirklich mal ein Thema, ein paar Sachen auch dem Stadtarchiv zu überlassen? Ich glaube, da würde sich keiner gegen wehren hier. Weil ich denke mal, das ist ja wirklich historisch, also ihr habt da wirklich eine historische Leistung verbracht mit der Költschrox. Also ich habe alles Mögliche, aber ich lebe noch und ich habe, weißt du, wenn, das ist schon, das ist teilweise. In ferner Zukunft natürlich. Also ich habe alles, aber ich habe eigentlich keine große Lust, irgendwo da rumzustürmen, weil das bringt mich teilweise einfach scheiße drauf. Weißt du, Bob Dylan hat gesagt, don't look back und da ist was dran. Wenn du an einem Stück nach hinten guckst, kommst du an so vielen Stellen, kommst du Scheiße drauf, weil das einfach nicht gut war oder weil es irgendwie eine Phase war, wo du dich nicht wohl gefühlt hast und so. Also ich möchte die Zeit, die mir noch verbleibt und ich bin 72 und mal gucken, wie lange ich das noch machen kann. Schauen wir mal. Also noch sieht es aus, als wenn es endlos wäre. Das kann sich, ich habe einen Schlaganfall vor elf Jahren gehabt. Und das kann auf einmal mit einem Ding, kann das einfach zu Ende sein. Und ich habe keinen Bock, an einem Stück nach hinten zu gucken. Der ganze Kram ist da und da schauen wir mal, was wir damit machen. Damit lassen wir einfach das so stehen und machen der Dinge, die da kommen und wünschen natürlich vor allen Dingen weiterhin eine tolle Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Ja, vielleicht Frank, noch mal zu dir ganz kurz. Das Thema Kölschrock. Gibt es irgendeinen Punkt, den du noch loswerden musst an dieser Stelle? Dann sagen wir mal, Mensch, das hat der Ralf noch nicht gefragt. Das muss aber jetzt noch raus. Dann bitte, sag es jetzt oder schweige für immer. Dann schweige ich jetzt für immer. Oder für heute. Nein, aber es ist mir nur wichtig, dass wir ja auch, vielleicht kann auch jemand aus dem Publikum, da habe ich auch kein Problem mit, dann können wir das hier Ganze auch noch eine Frage, Mensch, warum hat der das noch nicht gefragt, dann würde ich das jetzt gerne noch hier mit einbinden. Ist jetzt nicht abgesprochen mit den Herrschaften und mit den Damen hier, aber ich mache es einfach mal. Hat jemand eine Frage? Wahrscheinlich an Wolfgang Niedeck oder auch an Frank Steffer. Aha, geht schon wieder los. Ich muss wieder einen ausrufen. Eine schöne Geschichte. Eine Anekdote. Also praktisch ein Anekdötchen. Ich frage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal irgendwann gehört, der Major und Wolfgang Niedeck haben Sie auf dem Herrenklo kennengelernt, stimmt das? Das stimmt, das stimmt. Das hat ja mit Goldschock zu tun. Mit den Worten, ich finde euch scheiße. Warte auf, ja, wir müssen aber auch noch die Trude-Herr-Geschichte erzählen, wenn wir das auch tun. Ja, dann legen wir die hinten dran. Also, aber diese Geschichte war wirklich irgendwie, als wenn oben irgendeiner da Regie geführt hätte. Wir sind ins Basement gegangen, weil, also wir, in dem Fall, der Schmal, also unser Parcationspieler, mit dem ich zusammen studiert habe, mit dem ich zusammen gemalt habe, wir beide sind ins Basement gegangen und unser damaliger Bassist auch, der Grön, Wolfgang Kleber, war dabei und der hatte uns gesagt, also da gibt es eine Band, die hieß Jennifer und der Guitarrist wäre bereit, zu uns rüber zu wechseln und das war ein toller Guitarrist, wunderbar, da sind wir da hingegangen, der wäre schon prima, weil unser damaliger Guitarrist vom ersten Album, der wurde, der wurde Vater, stand im Examen Jura in der Volkswirtschaft und musste den, das Kalk-Sandstein-Werk seines Vaters übernehmen. Der konnte nicht mehr, der sagte, ihr müsst euch einen anderen suchen, ich kann da nicht mehr, also besucht euch einen anderen und das waren wir sehr guter Freund von mir und das war traurig, weil wir haben zusammen angefangen mit dem Zeug. Und dann sind wir ins Basement gegangen und haben uns diese Band angeguckt und eh, dass wir mit dem Mann da geredet haben, der da bereit war zu wechseln, musste ich nochmal auf den Klo und stehe auf dem Klo und da spricht mich von der Seite ein Typ an und sagt, du bist doch der von BAP. Ich sage, ja, ich finde auch einen Gitarristen-Scheiß, das war das Bewerbungsgespräch. Okay. Unfassbar. Okay, prima, also wo ist das Problem, also die Ehrenrettung zum Hans war jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber okay, wenn der meint, und dann würde er auch Gitarre spielen. und dann haben wir uns dann, haben wir uns am nächsten Morgen, am nächsten Vormittag war ein Samstagmorgen, haben wir uns am Vormittag da bei mir in der Teutoburger Straße verabredet und dann haben wir mit dem mal ein paar Songs durchgespielt und der hatte nur über mich was drauf, muss man ganz klar sagen und der war versiert, man merkte, der spielte einfach zwei Level über uns, das war gar keine Frage. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir da mit dem. Und der war von Leverkusen nach Köln gekommen, hat hier studiert und hat in Köln geguckt, wo er gerne bei welcher Bände einsteigen wollte. Und wir waren einfach zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste. Da hat er einfach, ich sage, er tat sein Glück beim Schopfen was und hat das gemacht. Und das war sensationell, das war eine göttliche Fügung. Aber da kam wirklich dann zusammen was in dem Moment auch zusammen. Ja, das war einfach, das war sensationell. Das war jetzt nicht, dass er jetzt unbedingt an Kölschrock gehangen hätte, das hätte jetzt Gott weiß. Im Gegenteil. Ja, also im Gegenteil. Später war das natürlich dann auch ein Grund, weil der wollte ja auf jeden Fall mindestens Hochdeutsch, wenn ich international Erfolg habe, wo ich allerdings mich dann sehr gesperrt habe. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das da eine internationale Runkeltruppe braucht keine Sau. Dementsprechend aber aus einem Gespräch auf der Herrentoilette halt entstanden sozusagen die ganze Geschichte und ja, ist auf jeden Fall ein Anekdötchen wert. Da muss ich natürlich aber auch, wenn ich gerade Trude Herr höre, weil Trude Herr lädt einfach zu Anekdoten ein und wenn da natürlich auch eine Geschichte gibt. Ja. Bitte, wir sind alle bereit. Als der Jürgen Fritz dieses Album mit der Trude Herr aufgenommen hat, kam dann irgendwann auch ein Anruf bei mir an, ob ich nicht Lust hätte mit der Trude Herr eine Cover-Version von Stones zu singen. Ich sage, worum geht's denn? A beast of burden. Das war natürlich ein Köder, mein lieber Freund. A beast of burden mit der Trude Herr singen. Fleisch zugeworfen. Das ist schon, das war schon geil. Und der Text, den wir so dafür hatten, der war auch okay. Und dann bin ich dann ins Studio gefahren und dann habe ich mich mit der Trude sehr, sehr schnell hingekriegt. Wir haben uns amüsiert, wir haben uns weggelacht. Das war so geil. Das war richtig klasse. Wir haben auch schon ein paar Weinchen getrunken. Und dann irgendwann war ich dann fertig und dann sagt die Trude uns blieb doch noch ein bisschen. Der Tommy kült gleich auch. Der singt auch ja mit mir zusammen. Ja, und dann kam der Tommy und dann, ich weiß nicht, ob es abgekartet war oder ob es wirklich Zufall war. Komm, sing das doch auch mit. Niemals geben wir so ganz. Und dann, gut, wir hatten schon einen im Tee und dann haben wir das aufgenommen. Und ehrlich gesagt, als ich dann die Aufnahme dann gehört habe und zwar beim Chef von der EMI, beim Helmut Fest im Büro, da kann ich nicht freigeben. Das ging nicht. Also, weil der Text war hochdeutsch. Oder ehrlich gesagt, der Text war scheiße. Der war richtig scheiße. Komm, lass mich da raus aus dem Ding. Die sind ja genug, die da singen. Ich will da nicht mehr mitmachen. Und dann, kurz danach, rief die Trude aus dem Krankenhaus an, die sich die Beine hatte operieren lassen. Sie hatte unglaubliche Beinprobleme. Und seit jungen, das kannst du mal nicht ahnen. Und ich kann da nicht noch. Und singe, ich bin im Spritall, ich bin gut krank. Ich kann das nicht. So, und dann waren wir dann jetzt. Und dann wir machen alle, ich nehme mir den Text vor, und wir machen alle Strophen, die du singst, oder auch die Aufmerz, lassen wir hochdeutsch, so wie sie waren. Und bei den anderen gehe ich nochmal drüber, und dann gucken wir, dass der Tommy und ich das auf Kölsch singen. Und dann habe ich, Tommy und ich sind dann nochmal ins Studio gegangen und haben unsere Sachen nochmal mit dem überarbeiteten Text gesungen. Und das ist das Ding, was alle kennen. Aber diesmal dann nicht angeschickert, sondern... Nein, das war einfach nur... War ja spontan. Das war so schön. Das war ein unfassbar gemütlicher Abend. Wir haben uns wirklich so viel Spaß gehabt. Es war ganz, ganz großartig. Und dann kam das Ding dann raus und wie hieß diese Fernsehshow, wo das dann im Playberg lag, mit Jürgen von der Lippe. Oh, ja. Das war auch der... Das war unfassbar. Das war natürlich dann ein Playback, was man da spielte. Trude Herr konnte nach dieser Operation auch immer noch nicht wirklich gehen. Die kam da auf Krücken auf die Bühne und hat dann irgendwie das Ding gespielt und das Publikum war aus dem Häuschen. Aber sowas schon aus dem Häuschen. War das so ist es? Ja, so ist es. So ist es, genau. Und dann kam dann Zugabe. Oder hat er noch nie gegeben. So ist es. War am Schluss. Zugabe, Zugabe. Und dann am Mikrofon ist er dann nach so einem Playberg ging es natürlich dann auf. Und dann sagt die Trude, Jung, lass das Ding noch ins Lauf. Tritt die Schuhe ins Publikum und mach das nochmal. Die Beine waren okay. Es war eine Wunderheilung. Sensationell. Da sieht man mal, was der Gesang ausmacht. Und dann auch auf Kölsch. Also herrlich. Geschichte und das Lied. Das lieben wir bis heute alle. Es ist einfach... Ist auch toll. Das Lied. Ja, das ging ja sofort durch Mago Groschen. Da muss man noch nicht drüber reden. Ja, damit haben wir zwei sehr schöne Agetoten zum Schluss gehabt. Oder hat noch jemand eine Frage oder noch einen weiteren Vorschlag? Ansonsten... Ah, da hinten steht jemand auf. Bitte. Haben Sie denn einen Tipp zu kleinere Band? Also was ich im Moment höre, kann man nur Kosten reduzieren, kann man noch Kosten reduzieren? Oh wei. Das ist ja wirklich... Also ich würde jeder kleinen Band empfehlen, möglichst schnell irgendwo auch von geringem Publikum, von einem kleinen Publikum aufzutreten, weil ein Auftritt ist mehr als zehn Proben. Weil da merkt man, ob es geht oder ob es nicht geht. Und der Adrenalin hilft dabei. Und möglichst viel spielen. Möglichst viel spielen und nicht irgendwelche Trends nachäffen. Sobald einer kommt und sagt, mach doch jetzt mal, was hört ich so im Moment gerade. Es gab eine Zeit, wo alle wie Nirvana spielen mussten. Es gab eine Zeit, wo alle wie Police spielen mussten. Das ist alles vollkommener Quatsch. Das sind die Leute von der Plattenturme, die einen da rein rumfummeln. Man muss gucken, dass man sein eigenes Ding macht und sich möglichst schnell vor die Leute wagen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Entschuldigung, ich hatte gerade hier einen Anruf. Deswegen musste ich gerade mal auflegen. Aber bitte. Na, die Sache auf dem Flutigplatz. 10.000. Ja. Wie das entstanden ist, oder was? Das war ja zu der Zeit, als überall die Asylanten heimbrannten. Also das fing in Lichtenhagen, da in Rostock fing das ja an. Und dann wirklich eine Brandspur durch die ganze Republik. Und man fing an, sich da dran zu gewöhnen. Und dann kam ein Anruf in dem Fall bei mir an vom Karl-Heinz Bütz, der damals das Luxor betrieben hat. Dass sich verschiedene Musiker da getroffen haben, die sagten, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwie was machen, um den Kölnern die Gelegenheit zu geben, sich dagegen zu positionieren. Oh, wie soll das dann bitte gehen? Und dann haben wir uns getroffen im Stadtgartenrestaurant auf Händlerer Straße. Da waren sie alle da. Und zwar all die, die Kölsch gesungen haben. Das war so wirklich eigentlich, ja, nicht die Kölsch-Rock-Szene, aber das war so, der Karl-Heinz hatte das danach ausgesucht, die, die Kölsch singen können, wir müssen das jetzt für Köln machen. Karl-Heinz war ja ganz, ganz wichtig in dieser ganzen Vermittlung. Und dann haben wir uns getroffen und wir hatten natürlich auch Vorbehalte gegeneinander. Klar, logisch, das ist in der Szene so. Und dann will ich nicht. Das war so. Ja, und dann merkte ich, wie dringend das alles war. Und wir machen am besten machen wir ein Konzert irgendwo in Köln, am besten irgendwo, wo das auch die Stadt auch merkt. nicht irgendwo auf der Poller Wiese oder auf der Jahnwiese, sondern mitten in Köln drin. Und da ich ja am Klobischplatz aufgewachsen bin, am Klobischplatz aufgewachsen, da habe ich gesagt, ja, lass uns auch am Klobischplatz machen. Ja, wie am Klobischplatz? Ja, da wird es auf jeden Fall auffallen. Und irgendwie finanzieren wir das. Irgendwann hatte dann die Idee, wir nehmen ein Album auf, jeder das entsprechende Stück, was dazu passt, ob entweder ein neues oder eins, was es schon gibt. Und eins von den Stücken nehmen wir dann als Single und dann gucken wir, dass wir dann mit ins Radio kommen. Und wir treffen uns in drei, vier Tagen, treffen wir uns wieder und dann liefern wir ab, was da jetzt entstanden ist. Und da habe ich mich mit dem Niki Takis, mit dem Niki Takis, also wer ist das richtig? Niki für mich immer, ne? Griechisch-Kölscher Gitarrist, sehr guter Gitarrist, mit dem ich zu der Zeit sehr viel zusammengearbeitet habe und mit unserem damaligen Kiba, da haben wir mehr Fendi Büschel zu mir nach Hause zurückgezogen und die haben im Keller an der Musik gearbeitet und ich habe unter dem Dach am Text gearbeitet. Und dann bin ich wieder runtergelaufen, Pasteltext, dann haben wir da noch ein bisschen und dann wieder die Etagen hoch in die Dachkammer und weiter. Und irgendwann hatten wir es zusammen, haben dieses Demo gemacht und dieses Demo haben wir dann vorgespielt und dann war dann relativ schnell klar, dass das dieses Single wurde. Also Niki Takis Musik und dabei war natürlich ganz wichtig, dass ich die Idee vorher schon hatte, was ich, in welchem Stück ich schreiben wollte, denn mir ist genau das passiert, wovon ich in dem Text singe. Nämlich, ich fahre morgens die Ecke rum und ich habe damals im Kathäuser Hof gewohnt und Ecke rum, Souveränstraße, geht in die Bäckerei Brochmanns, kaufe mir meine Brötchen und neben mir steht der Typ im Blaumann, der Scheißerzählt. Und ich war an dem Morgen noch nicht in der Lage, dem zu kontern und habe den gehen lassen. Habe einfach so, ja, Idiot, geht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, wie weit, wie bist du denn mittlerweile drauf? Bist du nicht mehr in der Lage, so einem Arschloch Paroli zu bieten? So einen Hals auf mich selber, da habe ich den Text geschrieben. Also ich bin der Typ, der der Blöde nicht reagiert. Ich bin der Typ. Und das hat natürlich, diese Geschichte, die schreibt das Leben, die kannst du nicht ausdenken. Und das war dann genau für Arschloch. Und dann, als wir dann da gespielt haben, wir haben wirklich diese unglaubliche Auflage von dieser Nummer und wir haben die Bühne damit finanzieren können. Das war ja ein Wagnis. Also wir hatten gehofft, dass wir 20.000 Leute ziehen. 20.000 Leute. Und ein paar mehr. Und kurz, also wirklich noch eine halbe Stunde vorher, lungerten irgendwie 4.000 Leute auf dem Klobischplatz rum. Da zieht noch gar nichts aus. Und dann, auf einmal, aus allen Himmelsrichtungen, und jeder Kölner weiß, was er am 9. November 92 gemacht hat. Die meisten waren da. Das ist so. Das war unfassbar. Dieses Bild ist ja unvergessen von oben auf die ganze Straße. Also das ist unfassbar. Das vergisst man nicht. Und auch wenn natürlich das da oben steht, da muss ja erst richtig dann durch Spargenbein gehen. Also so, die Anhäufung von Gänsehäuten habe ich niemals mehr so erlebt. Eine Gänsehäute, am anderen was da passiert ist. Ja, das ist ein sehr schönes Wort. Ob es das Schlusswort ist, ich schaue doch mal hier, der Herr von der Mühlen, ich glaube, der ist so langsam, aber sicher, müssen wir glaube ich auch überleiten. Obwohl der Helmut Wiemann hat noch eine Frage. Die nehme ich noch mit rein. Helmut, gib zu. Vielleicht trifft es ja einen Gitarristen da. Die Frage ist ja, was können wir mit dem Kölnkörper anstatt, um den Köln-System zu sehen, um den Köln-System zu sehen. Echt die Griechenfrage, ne? Also, da zermachte ich mir an einem Stück den Kopf drüber, was man da tun kann. Vielleicht ziehe ich mich so aus der Fähre, ich sage, nicht nachlassen. Einfach nicht nachlassen. Denjenigen, die einen Mund tot machen wollen, einfach nicht nachgeben. Einfach nicht nachgeben. Aber jetzt die Rezepte, kannst du mal versuchen, einen WDR zu reformieren. Das wäre auf jeden Fall ein Rezept, aber es ist sehr viel Arbeit. Das sind ohne Ende Musikleute im WDR. Ich habe ja mal eine Sendung da, einmal im Monat. Das sind so viele Musikleute, die alle halt nur, ja, ich weiß es auch nicht, also es ist ein Trauerspiel. Es ist ein absolutes Trauerspiel. Und Radio Köln macht ja nichts anderes. Das ist immer auch nur K2-Hits. Also es ist, es ist einfach ähnlich, also wenn ich, wenn ich auf Tour bin und im Hotel irgendwie am Schluss auf Drehs vorbei habe und ich kann da nicht schlafen und ich zeppe durch die Fernsehkanäle, durch die ich zu Hause nicht mehr zeppe, weil ich weiß, wo die Sender sind, die ich wirklich gucke, die mich nicht beleidigen. Und ich zeppe einmal durch das ganze Elend durch. Ja, dann weiß ich, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Also man wird komplett verblödet. Man wird komplett verblödet und gegen diese Verblödung aufzustehen, ohne da jetzt irgendwie Waffenbrüder zu haben, die einem da helfen, bist du auf verlorenen Posten. Don Quichotte. Gut, das macht doch einsam. Und man will auch nicht verbittern übrigens. Man will nicht verbittern. Und das auch noch nicht. Ich glaube, der Herr von der Mühle, ich habe eine Frage, wenn es kurz geht. Ja, warum sollen die auch Gölschrock-Bands sein? Das ist eine prima Band, die aus sich selber schöpft, die authentisch sind. Ja, aber das ist, die sind nie angetreten zum Gölschrock-Mahn. Aber ich erkenne mich in... Aber vielleicht ist es noch eine andere Frage. Ja, ich erkenne mich, ich erkenne vieles bei anderen Malkan, die ich auch persönlich kenne. Ich erkenne sehr vieles von uns, von vor 40, 45 Jahren bei diesen Jungs. und ich erkenne ganz, ganz viel davon. Und wir sind auch wirklich gut. Ja, ich habe mit denen auch schon gespielt. Und das ist, die verstellen sich halt nicht. Also ich meine, gut, wenn die jetzt Tommy singen, dann müssen wir sagen, ich denke solche Sachen, wir haben ja noch so eine Art, ja, ich glaube, eine Aftershow, oder das haben wir ja noch. Da sind, glaube ich, solche Dinge dann auch wirklich angebracht, wo wir dann vielleicht auch mal ein bisschen im Infight miteinander reden können. Jetzt erstens möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken bei dieser Runde und würde gerne überleiten zu dem Herrn von der Mühle, der uns, glaube ich, noch ein bisschen was erzählen möchte. Oder Ihnen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist genau das richtige Wort nach diesen prallen anderthalb Stunden, also für den Steinbruch an Erinnerungen und an Neuentdeckungen. Dafür möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken bei Ihnen als Moderator, bei Herrn Stephan und bei Herrn Niedeke. Das war wirklich eine runde Sache. Das ist ein guter Abschluss dieses Rahmenprogramms zu dieser tollen Ausstellung, die kuvertiert hat Niklas Esser.